Moin Leute, Tom ist hier am Start. Heute mit einem neuen Video. Und zwar gibt es heute, wie ihr auf dem Videotitel sehen könnt, die erste Runde in dieser Season mit dem gut alten Colin. Moin! Genau, und fragen mich nicht, wer schon der mit 2 ist. Ja, auf jeden Fall. Schreibt jetzt mal rein, wie ihr die neue Season findet. Also ich finde den Battle Pass einfach. Ich bin ehrlich, den Battle Pass finde ich eine 7 von 10. Ein bisschen schlechter als der von der letzten Season, aber ganz kurz bevor das Video anfängt, treibt auch gerne meinen QuaderCode Spielexperte ein, wenn ihr auch euch den Battle Pass von dieser Season gönnt. Wo mich sehr freuen. Und das dauert nur eine Sekunde und für mich wäre das ein Riesenschritt. Und ja, viel Spaß. Auch nicht scheiße. Okay, wollen wir jetzt sofort, wollen wir auf der Fenster gehen? Loll! So, wie du möchtest. Warum sie die Orte da markiert in Vila? Ähm, da passieren dann ganz komische Sachen. Oh, wollen wir ja mal zu Dirty Docks nochmal hingehen? Okay, genau. Okay, dann lass mal zu Dirty Docks hin. Ja. Aber sehr, 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 sehr nice. Auf jeden Fall die Alien Season. Ich habe auch gehört, dass die Heavy Sniper zurück sein soll. Sniper ist auf jeden Fall wieder da. Ja, genau. Auch Heavy Sniper soll auf jeden Fall zurück sein. Und auch neue Alien Waffen, die ihr auch im Trailer gesehen habt. Vielleicht blende ich euch vielleicht auch noch ein paar Waffen ein, wenn ich die auf dem Laptop schneide. Kann ich euch ja ein paar neue Waffen einblenden. Aber diese Türme gibt es noch, wo du fliegen kannst. Loll, was ist das denn da? Bei sieben Grad. Fünf Grad. Hier unter dir. Ja, das ist eine Station. Mit I-O-Waffen. Loll. Hier ist ein neuer Ort. Hier ist wahrscheinlich die Dissens nur umgeändert. Das hier ist, äh, wieder Frenzy Farm oder so. Loll, Sven, Sven, Frenzy ist zurück. Ja. Ey, das sehe ich auch gerade. Guck mal, was hier oben ist. Nein, Ufos. Fast. Kann man darauf landen? Äh, du kannst sie entern. Nein. Ey, das ist ja richtig ein Reiß. Komm zu mir. Oh. Trau-Attack einfach. Trau-Attack ist zurück. Achso, nicht. Ich glaub so. Beginnt mit zu euren Anführern. In Season 7 auf der neuen Karte gelandet. Hast du irgendwie ne Waffe für mich? Ja. Aber dankeschön. Maschinenpistole. Okay. Danke, 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 danke. Sammel verschiedene Waffentypen auf. Loll, das irritiert aber auch irgendwie ein bisschen die Waffe. Ähm. Loll. Was passiert? Nein, der nimmt einfach die Autos mit. Ja, der nimmt auch dich mit, wenn du nicht aufpasst. Scheiße. Nein. Stellt man dann als Fallschaden, wenn er dich loslässt oder wie? Nee, aber der schleppt dich ganz weit weg. Guck, wo das Auto landet. Loll. Warte, ich möchte, ich möchte so ein Ufo rücken. Nein, 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 nein. Lass dich nicht erschleppen. Aua, ich werde angeschossen. Ich hab für die Verbände. Loll, Gold gibt es ja auch immer noch. Das war ja auch klar eigentlich. Ich dünner Beschuss. Ja, hier hinten. Alles gut, ich hab selber Minis. Kommst du mir rüber. Ah, hier sind wir. Ja, alles gut, hier sind selber auch noch Gipner. Ich brauch ganz kurz Minis. Uah! Loll! Der hat mich mit Granaten gesprengt. Der Ehrenlose. Äh. Äh. Der verhört mich. Nein. Ja. Vielleicht. Ich glaub, der hat keinen guten Mut, der mit OP ist. Ja. Loll, die Grafen sind ja wirklich OP. Also ich meine nicht OP, sondern. Nicht selten. Die waren ja früher auch wirklich selten. Warum bin ich markiert? Du bist markiert? Ja, weil du einen, weil der nicht gehört hat. Hey, Loll. Keine Ahnung. Ich werd, ich werd eingesaugt. Nein. Nein. Ach, das kannst du kaputt machen. Schau. Das ist nicht zufrieden. Vollziehen! Vollziehen! Wenn ich jetzt in Ordnung bin. Einfach fliegt! Nice. Gönn dir meine... ein Verbenetlichter hatte. Also das wird vielleicht keine gute Runde jetzt erst mal sehen. Das ist einfach nur... damit ihr wisst, hier ist so... rein über die Siegen. Ja. Bin mal gespannt, wie selten die neue Waffe ist. Äh... Es gibt mehrere. Ja, ich meine, dieser Game Trailer auch da war, diese Alien Waffe. Achtu, Achtu! Da sind die, das sind die genommen? Das ist ein Box. Loll! Du wirst aber grad angeschossen. Was? Du wurdest grad angeschossen von irgendwo? Ja, von dem Alien, glaub ich. Aliens laufen ja rum. Nee, von dem, äh, Ding mal nicht. Von dem UFO. Ach so, die schießen auch. Ja. Das ist ja. Schreibt jetzt mal in die Kommentare, wie er die neue Season findet. Nee, von dem da werde ich angeschossen. Das ist wahrscheinlich ein Wort. Ja, keine Ahnung. Der hat jemand wahrscheinlich fliegt. Der hat mir eine Waffe in der Hand fallen. Schreibt mir rein, eins ist das schlechtes und zehn ist das Beste, die Season. Also ich finde, die Season ist eine 8 von 10. Battlefield ist eine 7 von 10. Nice. Ey, das ist jetzt mal wenn wir bleiben. Oh, die, die Sniper ist zurück. Hä, nee, hä? Lol, was ist das für eine Waffe? Doch, ja, der Sniper. Die hab ich früher so geliebt, die Sniper. Lol, was ist das? Das ist die ganze Waffe. Ey, die ist zu OP, die Waffe. Hast du grad gesehen? Was? Lass uns einfach mal die nächste Runde reden. So, die S-Runde war ja jetzt ein bisschen, das war ein Reinfall. Ähm, ich denke einfach mal, wir landen jetzt bei den Außenposten hier mal. Können wir jetzt grad auf K. Ups, die Pancho. So, hat die Bäume, die sehen ja auch auf der Karte komplett anders aus. Wenn man ranzoomt total undeutlich die Map, die Map auch aus. Ja. Ey, ich hab, ich bin noch niemal bei, beim, ein Baden voll bei Level 1 und wird einfach schon Level 3. Let's go. Ich hab auch gleich drei Kills gemacht. Zwei Kills. Nein, das schwere Stumm, die schwere AKs zurück. Wege Distanz wird anhängt leider zurück. Aufgabe, ungefähr. Das ist doch hier. Der Verkauf ein legendäres Repetierscharfschützengewehr. Groß angelegte Vorratslieferung. Ich hab ja Verbände für dich. Oder? Ja. Lol, hier sind einfach elektrische Türen. Sch-Schnellimbiss. Lol, weil ich was geworfen hab. Nein! Es gibt eine neue Truhe. Komm mal her. Lol. Da kommen die Sachen raus, warte. Warte. Ja, öffne sie. Oha. Wailgun. Was ist das denn für eine Wasche? Die ist krass. Lol. Was geht hier mit der ab? Hä? Die ist krass. Was ist das? Oha. Ey. Also. Vielleicht ist sie etwas zu schwach gemacht, aber keine Ahnung. Das ist ein UFO. Das ist ein UFO. Oh nein. Ach, das kann aufschießen. Ich hab sie auch. Ich hab sie auch. Ich hab sie auch, glaube ich. Ey, die ist ja vielleicht etwas OP, aber auch etwas müssen. Ich hab das nicht erzählt. Ich hätte für dich noch einen. Teile nur einen, ne? Wie verpeerrt so ein UFO, weißt du das? Nein. Ich hab dafür ein Gold. Lol. Oh, ich hab die. Ich hab ein Impulsgewehr. Hör bitte auf. Impulsgewehr? Warte, ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Bei mir ist auch ein Gegner grad. Das ist wie, ähm. Wie die Starkwaffe, weißt du? Zeig mal. Ich hab leider jetzt nur eine AK. Ich hab ihn gelasert. Gelasert. Willst du die haben? Hier gibt es auch, warte mal, hier gibt es auch diese... Ähm. Ja. Kann sie gerne behalten, aber vielleicht... Mal jetzt schauen. Hilfes Video. Oh, danke schon. Irgendwann. Ich schau jetzt mal. Lol. Das ist genau so wie dieser. Lol. Warte mal, ich möchte mal den Zaun hören. Das ist genau der gleiche Nachlar-Sound auch wie dir. Genau dasselbe. Gibt es auch irgendwie hier mal eine Palm in dieser Stadt? Nee. Aber auf jeden Fall... Ich hab noch eine Waffe fürs Video. Boah. Dann gib die mal her. Was man nicht auf fürs Video tut. Leute, was ist das? Spießgänger. Keine Munition mehr. Nee, muss kurz warten. In 10 Sekunden. Bitte was? Das... 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 Gefechtsschütze ist zurück. Schau mal. Schau mal. Das... Das Scharfschützgefächt oder wie es heißt. Hier. Lol. Aber nur in diesen Stationen. Das ist ja richtig nice. Okay, jetzt in 2 Sekunden ist das aufgeladen. Spießgänger. Lol. Ach, damit kann man wahrscheinlich diese ähm... Gegner markieren, ne? Oha. Wie... Wie ist denn eigentlich die Wenge? Oha! Die Wenge! Die ist ja richtig weit! Autos hören sich auf. Autos? Das stimmt. Dann steig mal ein. Aber nee, lass uns doch. Was ist das denn? Lol. Ist das... Die Jump-It auch zurück oder ist es eigentlich nicht... Die allgemeine Jump-It sind auch zurück. Alte Jump-It kannst du auch sagen... Nein! Ey, die hab ich so vermissen, ne? Ja? Was denn? Komm her. Ja? Boah, was ist das denn? Waffel-Automat. Waffel-Automat. Oder Waffen. Waffen-Automat. Ja, das hab ich gelesen! Das hab ich irgendwie gelesen, dass es die zurück sind. Na! Wie krass. Die kann man da einfach abkuchen, die Waffen. Ey, das ist nice. Ne, Quatsch. Was ist denn, wenn man dagegen schlägt? Kann man die mitnehmen? Oh. Ähm... Das war... Das war's mal wieder komplett. Hm? Okay. Leute, ihr habt das jetzt nicht gesehen, okay. Kann sich nicht. Und Lagerfeuer? Bekommen wir da immer noch Schaden? Ja, ja. Man bekommt Schaden. Das Gegner. Ja, ich komm. Und tot. Oh, sehr geil. Ey, was ist der komplett scheiße? Die Wailgun. Die Wailgun. Von jetzt verbraucht der auch Sniper-Munition. Ich find die Wailgun. Und was ist das eigentlich nochmal? Das ist ein Impulsgewehr, nennt sich das. Du musst in die Zone. Ohne? Du kannst ja hier gerne die Railgun geben, wenn du möchtest. Okay, hier. Ja, warte. Vielleicht nicht, wenn wir da in die Zone laufen, aber... Was ist? Das ist nur falsch was. Soll ich jetzt Niper-Munition? Mann. 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 Hallo? Ah, okay. Er ist ab... Kann ich wohnen. Aber wir versuchen jetzt erstmal die Gegner hier zu pushen. Ich versuche jetzt erstmal Granaten rein. Und? Oh, ich hab ein Noc, ich hab ein Noc, ich hab ein Noc. Loll, mein... Mein Controller-Bug total. Hab beide, Colin, hab beide, hab beide, hab beide. Der hat ne lila Scar! Oha! Und der hat das... Ich wurde grad geschnappt. Uhhh... 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 Loll... Hat der irgendwie ne Pamphel mit? Reptierschaft wird ein Gewehr einfach... Ne. Der hat ne... Ja, der hat eine... Ich nehm die jetzt einfach so mit. Let's go! Und dann nehm ich noch das mit. Und dann komm ich. Brauch's Hilfe. Alles klar, die sind die Besten. Die sind die Besten! Hier sind 3000 Gegner! Achtung! Hinter dir ist auch noch einer. Ich glaub, das überlegen wir nicht mehr. Die Zone ist auch so weit weg. Ich glaub, wo die Zone ist. Sonst geh einfach in die Zone oder auch immer. Dankeschön. Ich lass uns hier einfach gleich hopsen nehmen. Ich glaub, da unten waren auch noch Mad Kids, ne? Nein! Du siehst... Bazooka! Oha! Oha! Gibt das irgendwie hier noch Heilung oder so? Ich hab ein Jumppad, Colin! Ich hab ein Jumppad! Ich hab ein Jumppad! Ich hab ein Jumppad jetzt um die Zone, Colin. Ich schaff es noch in die Zone, Colin. Ich hab es noch. Ich hab alles nur in Lila... Nur Waffen in Lila habe ich. Joel. Ich weiß gar nicht mal, wie ich das sortieren soll hier! Ich bin auf jeden Fall in der Zone. einfach rocket launcher ist auch zurück also der war auch zurück ich weiß aber wirst du dieses löper so kann ich bekommen krass und ich habe einfach ist gar eine tatsische schrotflinze rocket launcher und die neue waffe hier ist die impulsgewehr was eigentlich auch richtig nice und halt das repetiergewehr ich kann dir vielleicht hier rocket launcher wenn du willst ich weiß wie ich das halten soll das sniper zurück sind bin ich ehrlich ja das repetieren Ja. Ja. Dankeschön. Hast du mich jetzt einfach mit? Ja, kannst du auch. Ich hab ja die Season-Map. Ja. Also die Season-Map finde ich jetzt von Minute zu Minute besser. Jetzt finde ich sie sogar schon 8 von 10 Grad. Hast du einen? Wurde er angehessert. Nein, nein. Ich finde scheiße, dass jetzt alle mit der Sniper rumlaufen. Sniper ist aber gut, oder? Ich wurde angehittet. Oh nein. Ja, aber das... Es laufen jetzt halt alle mit der Sniper rum und so alles. Das ist halt auch das Problem. Weißt du, was sie machen? Man hat leicht gesnaped führen. Die kämpfen gerade ist unsere Chance. Ja, vielleicht kommst du mit mir. Aber früher hatte man ja immer nur so 1 oder 2 Rocket Lauter, und das hat man einfach 9. Das ist sehr, sehr nice. Treffe ich ihn? Schieß mal da rein, schieß mal da rein. Habe ich gemacht. Doch. Ich hab' getroffen. 110, 110. 114er. Egal, komm mit mir. Ziel erfasst. L'agency aktualisiert. Während diesen Sieben im Match zwei unterschiedliche Spezialisierung für Waffen. Nice. Kann das sein, dass er aim-assist genervt wurde? Ich weiß nicht. Ich wurde gesnaped. Oha, dankeschön. Danke, 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 danke. Deiner hat grad nicht getroffen, oder? 110. Oha. Ey, verteilen hier grad so viele Hitze, ne? Oha, was? Man hatte nicht weitergepeelt. Oha, was? Deswegen ist sie müssen als Pushen, das ist das Gute. Ich werfe noch einen Wocket Lauter hin. Warte, lass uns hier oben auf dem Berg. Ja. Dass man sie aber trifft. Ne, ne, die sind schon runter. Ja. Warte, die gehen da nach unten. Warte, die gehen da nach unten. Oha. Ich habe mich gemerkt. Ich habe mich gegeben. Das ist das Grund, in der Stimme. Ach du, ach du, ach du. Ich habe mich gemerkt, diese Waffen. Ich habe mich gemacht. Ich wurde damit gewißelt. Oh nein. Ich habe mich für dich, hier. Oh, die Jump Patten. Die Jump Patten. Die Jump Patten. Wohin? Oha, der eine ist White, glaube ich. Hier zu uns. der ist der beste die gehen beide auf mich ich kann nichts machen ich kann nichts machen ja leute auf jeden fall sehr sehr nice auch die runde waren nicht schlecht wir sind vieler platz geworden auf jeden Fall heute das gehen gleich ein Abo da ein bisschen was zu sagen können vielleicht sagt er noch mal wie die sieben findest du sehr guten Eindruck ich sage ich immer so und dann am Ende kommen sie manchmal ja so kritisierende Sprung und ja Leute auf jeden Fall das was vom Video weil jetzt mal haut rein wir sehen uns bis zum nächsten Mal Ciao es black and white ja 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 ja